Darf ich vorstellen? Das ist Tara. Im zarten Alter von sechs Wochen wurden Teddy, Tara, Tati, Tina und Tixa von einer Frau vor den Toren eines staatlichen Tierheims ausgesetzt. Mit Sicherheit hatte die Hündin der Frau die Welpen bekommen, aber sie sagte, dass sie die Geschwister gefunden hatte. Tara und ihre Geschwister sind offene, menschenbezogene und freundliche Junghunde. Die süße Maus mit dem lustigen Schnauzbart mag die Menschen und sucht stets unsere Nähe. Tara versteht sich auch mit den anderen Hunden gut, spielt und tobt gern, kommt aber auch zur Ruhe. Wie jeder junge Hund muss sie noch eine Menge lernen, sie bringt aber die besten Voraussetzungen mit sich, ein toller Familienhund zu werden. Und da kommen sie ins Spiel. Können sie sich ein Leben mit Tara vorstellen? Möchten sie der jungen Hündin zeigen, wie schön das Hundeleben sein kann und sie mit liebevoller Konsequenz zu einer Familienhündin erziehen? Dann melden sie sich doch gern bei uns.